Ja, herzlich willkommen in Auckland. Wir sitzen jetzt in einem rechtshändischen Auto und haben das eben abgeholt von 50, so heißen die. Und ja, jetzt wollen wir mal fahren. Die erste Fahrt mit dem Navi zum Mount Eden. Und du musst auch noch mal mit rauf. So, jetzt geht's los. Untertitelung des ZDF, 2020